...bildet es einen Schlüsselpunkt für das weitere Vordringen zwischen den Festungen Durmont und Woh. Die deutsche Führung will die Einnahme des Dorfes Woh erzwingen und wirft Regiment auf Regiment in den Kampf. Zu einem Infanterieregiment, das auf Dorf Woh angesetzt wird, gehört der Musketier Peter Geyer aus der Voreifel. Als wir da reinkamen, erst da flossen ein Bach. Durch den Bach konnte man bisher ja irgendwann berinnen. Nachher lagen da so viele Toten drinnen, damit man über den Bach laufen konnte und dann mit Wasser kamen. So viele Toten lagen in dem Bach. Den Todespfad nennen die Soldaten einen Damm in der Woh-Schlucht, den alle auf dem Weg in die Stellungen vor dem Fuhr passieren müssen. Ein Bericht aus einer Regimentsgeschichte. Und nun beginnt die eigentliche Leidensstrecke. Bei Regen und schlüpfrigem Boden geht es in stockdunkler Nacht über- und umgranatlöcher, die mit Wasser, hilferufenden Verwundeten und mit Leichen angefüllt sind, in tollster Eile den Damm entlang weiter. Man hört das Klatschen im Wasser und die unterdrückten Flüche der Vorwärtsstolpernden. Man stürzt selbst, fällt auf einen menschlichen Körper, arbeitet sich mühsam wieder empor, eilt vollkommen durch Neste in schmundene Truppe nach, stürzt wieder. Alles unter dem Sperrfeuer der Franzosen, deren Granaten vor, hinter, neben uns und in die Kolonnen einschlagen. Das ganze Grauen dieser Strecke ist aber erst bei Tage voll zu erfassen. Leichen, Skelette, Material, Waffen und Munition bedecken das Gelände. Der Kampf Mann gegen Mann steigert sich auf beiden Seiten zu großer Brutalität. Eine Brutalität, die später zur Legendenbildung führt, zu der Behauptung von der besonderen Grausamkeit der farbigen französischen Soldaten. Die Moroccanen, das war ja Bieste, oh, das war ja Bieste. Die hatten unsere Soldaten da auch rausgestockt, ohne abgeschnitten. Von dem Schlechtsteldingen abgeschnitten. Und da hieß doch einmal, natürlich haben keine Erfangenen mehr gemacht werden. Und das morgens wieder ein Befehl kam, denkst du doch, der Bunke müssen wir noch ausheben. Die zwei haben es, da haben wir ein paar Handchen, die ein paar drin, die wollen, und da schrien sie, da haben sie alle halt raus, raus, raus. Zwei Männer hatten wir zwölf da rausgeholt, ne. Dorfen sie nicht, durften sie nicht, mussten erschossen werden. Zum Beispiel, wenn es dunkel war, ne, dann, in der Nervösität, da lagen Pferde, die lagen sechs, sieben Wochen da, ne, die waren ja völlig in Verwesung. Da habe ich immer mal kommen, wenn sie einen toten Pferdgestock gesteckt. Da hatte ich eine Bataillonsmeldung damals. Jetzt hat er, wie sehen Sie aus, Kerl, sagt er für mich. Ja, sag ich, wie sehen Sie aus, ich habe einen toten Pferdgestock, sagt er, ne. Macht es, dass Sie rauskommen, sagt er, wo mich nicht da haben. Da stand ich nicht so will. Da kann ich auch nicht vergessen. Macht es, dass Sie rauskommen, sagt er für mich. Ja. Du bekommst Generalleutnant Schmidt von Knobelsdorf als Chef des Stabes, sagt der Kaiser zu seinem Sohn Wilhelm, als er ihm das Oberkommando über die 5. Armee übergibt. Was er dir rät, musst du tun. Der Kronprinz ist nur nominell der Armeeführer. Als er an dem Sinn des Angriffs gegen Verdun zu zweifeln beginnt, fehlt ihm das Durchsetzungsvermögen gegenüber seinem energischen Generalstabschef. Beide täuschen sich über das wahre Ausmaß der Verluste. Strategische Fehler kommen hinzu. Zu spät erkennt Knobelsdorf, dass sie die Force auf dem linken Ufer in ihrer Feuerkraft unterschätzt haben. Aber hier wollten Falkenhain und Knobelsdorf nicht angreifen, um Truppen zu sparen. Richard Friedenthal. Das Angriffsziel war ein mythisches, während die Franzosen sehr bewusst und intelligent die ganze Festung Verdun umgewandelt hatten in eine, wie sie das nannten, die Régenre Fortifiée. Das heißt mit Feldbefestigung, Blockhütten, Schützengräben und so weiter. Und die waren durch die Feuerwalze gar nicht erreicht. Die mussten einzeln genommen werden. Und da waren schon gleich die ersten schweren Verluste. Die Franzosen waren sehr zäh. Und in dieser Art Feldbefestigung waren sie sogar uns weit überlegen, im Ausbau von solchen Sachen und auch in der Verteidigung und im Kampf da also in den halb zerstörten Gräben, Netzen und Stützpunkten. Da kannten sie sich natürlich auch viel besser aus, als wir als Angreifer. Wir stießen da in eine Sache hinein, wo man gar nicht wusste, keiner mit dem anderen Kontakt hatte. Die Leitung und die Durchführung waren jämmerlich. Jämmerlich. 1919 erscheint in Deutschland das Buch Opfergang von Fritz von Unruh. Sein Bruder berichtet, wie es zur Niederschrift der Erzählung kam. Und als nichts erreicht wurde, die Verluste immer größer wurden, die Heimat ungeduldig wurde, weil es hieß, warum rückt ihr denn da nicht vor oder so und diese ganze Stille. Und da hatte die oberste Heeresleitung sich von durch das Kriegspresseamt einen Schriftsteller nennen lassen, der imstande wäre, der Heimat einen Begriff von dieser Schlacht von Verdun zu geben und die Wahl fiel auf Fritz von Unruh. Und mein Bruder hatte dann eine Besprechung im Hauptquartier und er bat sich aus und sagte, dass er nichts schreiben würde, was gegen die Wahrheit oder gegen sein Gewissen wäre. Ja, ich muss das sagen. Und da wurde ihm noch gesagt, ja, Sie glauben doch nicht, wir haben alles beschlagnahmt, jedes Kraftwerk, alles. Da werden doch Sie und ich wohl eine Ausnahme machen wollen. Und, aber der Kronprinz war dafür, dass er das schrieb. Und er hat dann dieses Buch, er bekam dann einen Pass, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Stellung, jedem Graben, zu jedem Stab hinfahren könnte und sich orientieren. Er hat also dann dieses Buch im Lauf von vier Wochen gestaltet, geschrieben. Und dann kam es, hatte der Kronprinz zu einer Vorlesung eingeladen, seinen Stab und so weiter. Und da hat mein Bruder ein Kapitel daraus vorgelesen. Und der Kronprinz war sehr ergriffen davon. Aber die meisten fanden es nicht, also so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und so wurde dann dieses Buch verboten. Vom Geist des Expressionismus mit seinem Menschheitspathos geprägt, stellt Fritz von Unruhs Erzählung Opfergang den ersten Reflex auf den Weltkrieg dar. Sieger ist der Trommler tot. Über ein Jahrzehnt vor Erich Maria Remarques Buch im Westen nichts Neues wird am Beispiel von Verdun die Sinnlosigkeit der Materialschlacht beschrieben. Als Kompanieführer kommt der junge Leutnant Wilhelm von Schramm nach Verdun. Sein späteres Urteil über die Strategie des Generalstabschefs Erich von Falkenhayn. Verdun war ein Irrtum des, ich möchte sagen, ja, nicht mehr durchdachten Kriegspilz. Die preußische Schule war ganz und gar auf den Angriff abgestellt und hat geglaubt, dass der Angriff, wenn man ihn immer wieder holt, dann einmal eines Tages durchschlägt. Das war bei der modernen Wirkung der Maschinenwaffen und natürlich auch, das muss man auch immer wieder betonen, bei der unglaublichen Feuertichtigkeit der französischen mittleren Artillerie, der Feldartillerie, die uns mit ihren Feuerüberfällen dauernd gejagt hat, einfach unmöglich. Durch die dauernde Beschießung, durch den dauernden entstehenden Rauch der Granaten und der aufgewirbelte Staub, wenn es trocken war, der machte die Kehlen derartig trocken, dass wir furchtbar unter Durst litten, viel mehr als unter Hunger. Man hatte ein dauerndes Durstgefühl, man ging sogar an die Granatrichter, die nun trübes, schwussiges Wasser hatten und trank gierig dieses Wasser. Einige Soldaten gingen sogar an die Wasserkühlung der Maschinengewehre, was sie aber sehr schnell sein ließen, weil die mit Kühlmitteln, mit sogenannten Glyzantin vermischt waren und spuckten das Zeug natürlich sehr schnell aus. Der Durst war das Allerschlimmste. Nach unserem zweiten Einsatz an dieser furchtbaren Durmontfront weiter rechts im Albergwald traten sofort Erscheinungen der Ruhe auf. durchfallmäßige erst einmal Erkältung und dann ein Durchfall. Ruhe ist ja eine Darmerkrankung, die den Menschen kolossal schwächt und ihn fast unfähig macht und auch apathisch macht gegen alle äußeren Einflüsse. Man wird gleichgültig, es ist einem alles egal, man möchte am liebsten liegen bleiben und möchte sterben. Im März 1916 war klar, dass es unmöglich gewesen ist, die Franzosen erst einmal aus ihrer Position zu verdrängen, zweitens einmal einen erfolgreichen Angriff zu führen, weil das Gelände, das Wetter, der Widerstand der Franzosen vor allem auch durch ihre leichte Artillerie vom linken Marsufer her jedes weitere Vordringen unmöglich oder mit so ungeheuren Verlusten verbunden hatten, dass jeder Meter Boden so und so viel Tode kostete. Davon hätte sich im März 1916 der Kronprinz persönlich überzeugen müssen, wenn er wirklich nicht, ich möchte sagen, in diesem Fall wirklich den bösen Geist seines Chefs Gobelsdorf, wenn er den nicht als einen falschen Berater zur Seite gehabt hätte, der gesagt hat, jetzt wollen wir erst recht, jetzt stopfen wir noch eine Division und noch einmal einen Angriff und es ging nicht voran, sondern es ist immer bloß immer bloß um Schritt für Schritt gleichsam ein neues Leichenfeld entstanden. Von dem Dorf Durmau im Albainwald sind wir nachher mühsam rausgekrochen und haben uns oben an der Champret Firm gesammelt und haben uns gegenseitig gestützt weil einzelne Leute so schwach waren dass sie nicht mehr gehen konnten wir hatten immerhin unsere Tornister und unsere Gewehr zu tragen schweren Patronentaschen Handgranaten und so weiter mussten wir ja mitschleppen also wir haben uns gegenseitig gestützt und sind an dem morgen des 12. oder 13. März aus dieser Stellung zurück in das Dorf Wiel wo wir Ortsunterkunft bekamen zurück marschiert wie eine geschlagene Truppe ich stellte mir ungefähr das so vor dass die es war alles weiß geschneit der Schnee fiel von oben und ich stellte mir das so vor wie unsere Truppen damals oder die Franzosen 1812 aus Moskau geschlagen zurück marschierten also der Rückzug Napoleons aus Russland der stand mir gewissermaßen vor Augen auf auf den schluss vor Augen vor Augen vor Augen vor Augen Vielen Dank. Landschaft bei Verdun, über ein halbes Jahrhundert nach der Schlacht. Über einsame Straßen führt der Weg zu den Anhöhen auf dem linken Marsufer, die seit 1916 berühmt und berüchtigt sind. Höhe 304, toter Mann. Heute eine ruhige Gegend. Die Felder werden wieder bestellt. Im ehemaligen Kampfgelände steht Wald. Monatelang rangen hier deutsche und französische Infanteristen um ein paar Meter Boden, um ein paar Grabenstücke und Geländepunkte. Zurück blieb ein Denkmal, toter Mann. Errichtet zur Erinnerung an Frankreichs Gloire, heute eher ein Symbol für den Sieg des Todes über das Leben. Frontverlauf im März 1916. Um Truppen zu sparen, hat Erich von Falkenhain, der deutsche Generalstabschef, den Angriff auf Verdun auf das Ostufer begrenzt. Aber die Offensive bleibt bereits in den ersten beiden Wochen im Vorfeld der Festungsstadt stecken. Die Führung der 5. Armee beschließt daraufhin, nunmehr auch westlich der Maas offensiv zu werden. Der Weg nach Verdun führt hier über Dörfer wie Forge und Cumières. Die Höhen 304 und toter Mann verriegeln wie festungsartige Bollwerke den weiteren Zugang. Das Dorf Consonvois-Andermas im Hinterland der Deutschen wird zur Durchgangsstation der Regimenter, die hier in Richtung Grabenwald vorgehen sollen. Unter ihnen der 19-jährige Musketier Ernst Brecher aus Thüringen. Der Rabenwald, der war von den Franzosen ja auch ganz mit Draht versperrt, nicht? Und es waren ja Gassen drin, von unseren aus waren ja Gassen drin gemacht. Die sind immer durch, kriegten Feuer, hatten direkt ein paar Tote gehabt, ne? Ein Zes war, ich konnte das Schrei schon gar nicht mehr hören, ne? War lauter Angst auch, es war uns ja was Neues. Und durchquerten den Rabenwald bis zum Ende. Quer durch den Rabenwald durch. Rechts von uns lag der tote Mann, ne? Hatten wir ja auch genommen, er lag hoch, ne? Wir durchquerten den Wald und am Waldrand, da lag dann unsere, lag unsere Truppen. Noch keinen festen Graben, denn jeder hat ein Schützenloch sich gemacht. Der Befehlshaber der französischen 2. Armee, Henri Pétain, hat den Angriff der Deutschen an dieser Front seit langem erwartet. Sein Leitsatz, ein Mindestmaß an Infanterie, ein Höchstmaß an Artillerie. Im Laufe des Tages hieß es nun, heute Mittag um halb zwei müssen wir in den Gänse rücken schauen, ne? Das waren 400 Meter, wo ich mal da raum musste, ne? Ja, pünktlich mittags um 1.20 Uhr raus alles, ne? Das ist der Löscher. Und wir hatten Glück, wir haben kaum Feuer gekriegt. Kaum. Also es hat gut gegangen, bis oben raum. Und oben war der Boden sandig. Man konnte sich schnell eingraben, ne? Im Spaten, ne? Haben wir uns Löscher gemacht und haben uns abends schon verbunden da oben, ne? Ja, jetzt wurde langsam dunkel. Jetzt wird der Franzose aber auch erlösch. Der schoss jetzt von da und schoss von vorne, ne? Und schoss von unten, von links, vom Dorf Cumierre. Schoss der auch. Wir waren so schön eingepackt, ne? Aber wir sind gut in die Erde reingekommen, ne? Haben die Nacht auch erwacht. Und am nächsten Tag hieß es dann, wir müssten noch die linke Seite runter, also, wir müssten nach Cumierre zu. Das war für unsere Ecke. Die störte noch, ne? Man konnte, das soll begradig werden, ne? Ja, haben wir gemacht. Mittagsabend, was ja Wahnsinn war. Am hellen Tag am Sonnenschein. Da oben vom Gänserücken auf rauf, ein Stück runter nach Cumierre zu, ne? Ist im Keim erstickt. Wir haben Toten und Verwundete gehabt, ne? Können Sie sich denken, was das so eine Schreierei war? Also, ich war wie selbst, ich war, ich war im Zittern, am Arme an den Beinen. Waren wir ja selber neun, ne? Die Toten wurden erst abends geholt, ne? Gehen abends. Denn wir mussten das wiederholen abends, um halb zehn, wie dunkel wurde, ne? Wollen die verbunden, das Zeug weggeschaut, und wir raus. Da sind wir aber auch bloß ein paar hundert Meter weit gekommen. Da kriegst du mal ein derartiges Flankenfeuer, ne? Und auch von der Höhe 304, mit den MGs. Wir mussten wieder zurück, alles weg. Es ging nicht weiter, war Schluss. Es war ja überhaupt in Cumierre, nachdem wir das nicht genommen haben, nach später, war Schluss zur Grenze. Da ging es nicht mehr weiter, nach Wettergen. Da war Stillstand. Also mit anderen Worten, Stellungstrich, ne? Haben wir es da eingebautet. Als auch auf dem linken Marsufer der Angriff stecken bleibt, unternimmt die Armeeführung neue Anstrengungen auf dem Ostufer, um die Verteidigungsstellungen der Franzosen zu durchbrechen. Erneut werden Divisionen in die Schlacht geworfen, die bereits hohe Verluste erlitten haben und zur Auffrischung in Ruhelager verlegt wurden. Unteroffizier Ernst Weckerling, Angehöriger eines hessischen Regiments, berichtet von den Vorbereitungen, zu denen der Besuch des Kaisers gehört. Wir sollten also in Carré vor Kaiser Wilhelm aufgestellt werden und sollten dann in Kolonnen an ihm vorbeimarschieren. Nun wurde fieberhaft an der Uniform gearbeitet. Die Uniformen, die durch den langen Kampf gelitten hatten, wurden ausgebessert. Die Stiefel wurden wieder schwarz gemacht, die sonst sehr grau und schmutzig waren. Einzelne Leute, die zerschlissene Kleider hatten, bekamen neue Kleider. Und das Wichtigste war, die Helmspitze fehlte ja bei uns. Wir hatten vor dem Kampf auf Verdun die Helmspitzen abgeschraubt und hatten nur den einfachen Lederhelm mit dem Überzug, sodass er fast aussah wie ein Stahlhelm. Die Helmspitzen waren aber nicht vorhanden. Sie waren sackweise eingesammelt und irgendwo aufprobiert. Und nun haben sich die Leute insofern geholfen, dass sie Kartoffelstückchen geschnitten haben in Form einer Helmspitze, haben die unter den Überzug gesteckt oder haben Holzstäbchen genommen, sodass also der Helm wieder aussah wie mit einer Spitze. Die ganze Parade von Stadt mit Helmspitzen, Ersatzhelmspitzen, die also zum Teil Holzstäbchen und Kartoffelstückchen waren. Kaiser Wilhelm stand mit seinem Stab und mit seiner Kaiserstandarte, mit zwei Feldjägern etwas erhöht, auf einer Anhöhe, und bedankte sich in bewegten Worten für unsere Leistungen, die wir bisher vollbracht hatten. Er ging dann weiter dazu über, dass der Kampf noch nicht zu Ende sei. Wir müssten noch viel leisten. Wir müssten wiederum in den Kampf ziehen und den Gegner bis zum endgültigen Sieg niederringen und gebrauchten dabei die Worte Verdun wird und muss fallen. Doch Ende April hat die deutsche Offensive allen Schwung eingebüßt. Der Anriffsphase folgt die Phase der Zermürbung und Abnutzung, das Schicksal aller Schlachten an der Westfront. Gegen die massierte Feuerwirkung der französischen Artillerie können die Infanteristen nichts ausrichten. Das Material dominiert. Jeder Angriff bleibt im Artilleriefeuer stecken. Falkenhains Absicht, den französischen Gegner einer Zerreißprobe zu unterziehen, wendet sich gegen die eigenen Truppen. Die französische Artillerie zerschlägt mit einem beispiellosen Munitionsaufwand die Ortschaften hinter den deutschen Linien, zum Beispiel das Dorf Orn. Am Eingang einer Schlucht gelegen, durch die eine wichtige Straße läuft, dient es als Durchgangspunkt für Nachschub und Ablösung. Unterkünfte gibt es nicht mehr. Der damalige Gefreite Herbert Geißler trifft mit einem sächsischen Regiment in Orn ein. Einige Infanteristen werden zunächst als Munitionsträger eingesetzt. Sie kamen am frühen Morgen, vielleicht gegen vier Uhr, fünf, als es anfing zu dämmern, kamen sie zurück in unser Biwak. Das heißt, nicht alle, einige waren verwundet oder abhandengekommen. Die meisten müde und erschöpft, aber nicht nur durch ihre Arbeit, sondern durch das, was sie gesehen und erlebt hatten, im Trommelfeuer einmal nach vorn rücken, schwer beladen mit dem, was ich erwähnt hatte, und nachher denselben Weg durch diese Hölle zurück. Ich erinnere mich eines Mannes, der saß an einen Baumstamm gelehnt, war überhaupt nicht ansprechbar, sah grün und gelb aus im Gesicht. Er hatte einen schweren Schock und er, auch die Fürsorge durch Kameraden, durch den Sanitäter der Kompanie, konnte ihm nicht helfen. Er wurde abtransportiert nach hinten. Das war der mir sichtbare erste Verlust, den wir dort erlitten. Mai-Bohle. Unter diesem Decknamen plant Knobelsdorf am 7. Mai eine Großoffensive, einen Tag nach dem Geburtstag des Kronprinzen. Am 8. Mai erschüttert eine gewaltige Explosion das Fort Douaumont, das den Deutschen seit der Einnahme Ende Februar als unterirdische Kaserne dient. Infanteristen, Sanitäter, Pioniere, Stabsoffiziere, die auf ihren Einsatz warten, fallen der Explosion zum Opfer. Annähernd 700 Tote werden geborgen. Der nach einer KZ-Haft verschollene Stabsarzt Dr. Hallauer für die Versorgung der Verwundeten im Lazarett des Vores verantwortlich, rekonstruiert als erster den Hergang der Katastrophe. In seinem Bericht an die 5. Infanteriedivision schreibt er, Als ich durch die unterirdischen Räume ging, bot sich mir folgendes Bild. In den großen Tunnelbögen saßen einige hundert zur Ablösung geschickte, meist aus jungen, erstmalig eingesetzten Rekruten bestehende Mannschaften in apathischem Zustand herum. Zwischen ihnen lagen zahlreiche Verwundete, Betäubte und einige Geistesgestörte. Die Kasemattengänge waren ausgefüllt mit Schutt und Toten, die zum Teil grässlich verstümmelt waren. Arme, Beine und Römpfe lagen umher, dazwischen zertrümmertes Kriegsmaterial. Vielen Toten war der Leib aufgerissen. An manchen Stellen lagen die Toten in 3- und 4-Lagen übereinander geschichtet. Es war offenbar, dass der Explosionsdruck sie durch die schmalen Gänge hindurch, wie durch einen Gewehrlauf an die Wand geschleudert hat. Der Herd der Explosion war in dem Haupteingang des Kellergeschosses in dem Südostsektor des Vors. Hier ist in die Erde ein etwa 2 Meter tiefes Loch gerissen, das sich mit Wasser gefüllt hat. In diesem Teil des Ganges haben etwa 100 französische 15 cm Granaten gestanden, von denen zurzeit nur noch 35 vorhanden sind. Große Granatsplitter lagen unmittelbar in der Nähe herum. Aufgrund meiner Beobachtungen habe ich über den Verlauf der Katastrophe folgende Vorstellung. Zuerst Entzündung von Flammenwerferöl, ungeheure Rauch- und Rußentwicklung, bei zahlreichen Mannschaften Rußschwärzungen des Gesichts, Panikrufe, die Schwarzen kommen, Werfen von Handgranaten gegen die vermeintlichen Schwarzen und dadurch Explosion von Granaten. Wir waren eingeladen im Soldatenheim, in Stenheim. Wir waren eingeladen und ich bin auch mit hingegangen. Da wurde gegeben, weiß ich auch noch, der Raub der Sabinerin. Und wer saß oben, der Lose, mit ein paar Mätressen dabei, der Wille, die Grotprinz. Die Damen, da haben wir schon mal einen schönen Blick aufgeworfen. Aber es ist alles gut, schön verlaufen. Das Stück war ganz schön. Aber dann haben wir die gelegen, das haben wir wieder mal gesehen. Aber es ist bei mir, das Herz tut doch gut. Du lebst hier rum und alles nach vorne, und dann ist alles an ein paar Kammern. Sechs Monate lang spielt sich die Schlacht um Verdun auf einem Gebiet von knapp 15 Quadratkilometern ab. Nachdem die deutschen Divisionen im Juni endlich Vorwo erobert haben, versuchen sie zwischen dem Fosuville und Kalte Erde von den Höhen herab nach Verdun vorzustoßen. Um das Dorf Fleury entbrennt ein Kampf Haus um Haus. Von hier sind es nur noch drei Kilometer nach Verdun. Der Schriftsteller Heinz Risse, damals Gefreiter, wird mit einer Feldarterieeinheit im Juni nach Verdun verlegt. Er dient als Artilleriebeobachter. Unser Unterstand, der lag, der war von der nördlichen Seite her zu erreichen. Das heißt also von der den Franzosen abgewandten Seite. Dort bin ich etwa während des ganzen Einsatzes also etwa zwei bis drei Wochen gewesen. Länger wurden dort in der Hauptkampfzeit die Divisionen kaum eingesetzt, denn die waren bei den ständigen Kämpfen rasch ausgebrannt. Nicht die Angriffe selber führen zu den hohen Verlusten im Stellungskrieg, sondern der Aufenthalt im Frontbereich und die Bewegungen zwischen der ersten Linie und dem Hinterland. Vor allem die Versorgung der Stellungstruppen ist von dem Granatfeuer betroffen. Der Infanterist Albrecht Brecher. Dann abends gingen dann die Essenhuter. Von jeder Gruppe gingen zwei Mann. Die mussten den Weg, den wir gemacht haben, wie ich ihn beschrieben habe, den langen Weg machen, bis zur Artillerie, zum Pionierpark, bald nach Kornstermoy. Bis dahin kamen die Feldküste noch. Die konnten ja nicht fahren. Die Chaussee lag ja nur unter Feuer. Weil in Vorges, so hieß das Dorf. Die kamen dann all den Weg da runter getippeln und haben dann Essen. Das hat ja Stunden gedauert. Und meistens waren die Kochschirren nur halb voll. Sie mussten sich ja dauernd hinwerfen, durch das Feuer. Und das ist an der Feuer. Und... 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 Und das war...